Herzlich Willkommen im täglichen Video Strategie Digger des Frankfurter Börsenbriefs heute am Montag, den 2. Februar 2015. Sind Sie Football Fan? Haben Sie gestern das Super Bowl Finale geguckt? Wir Deutschen tun uns ja mit dieser Sportart ein bisschen schwer. Ich gebe zu, ich auch. Mir sind das da immer viel zu viele Unterbrechungen, als dass ich große Lust hätte, da zuzuschauen. Aber als Börsianer müssen Sie schon darauf achten, denn die New York Times hat mal eine Statistik veröffentlicht, wonach es darauf ankommt, wer hier gewinnt. Und demnach ist es so, wenn das Team der NFC, also der National Football Conference, gewinnt gegen das Team der American Football League, dann wird es ein gutes Börsenjahr und im anderen Fall wird es ein schlechtes Börsenjahr. Und diese Statistik war in den Jahren 1977 bis 1997 auch erstaunlich erfolgreich. Da hat sie bis auf dreimal immer gestimmt. Ein perfekter Indikator. Börsianer suchen sich ja natürlich immer das, was zu ihrer eigenen Meinung passt. Danach in den Jahren hat das etwas nachgelassen. Also wenn Sie nicht so ein großer Fan von solchen Indikatoren sind, dann können Sie sich darauf berufen. Aber in den letzten vier Jahren hat es auch dreimal gestimmt mit diesem Indikator, aber einmal auch komplett nicht. Also das Ergebnis war diesmal enttäuschend für die Börse und der Indikator, der Superbowl-Indikator weist auf ein schwaches Jahr hin. Wir untersuchen das natürlich im Frankfurter Börsenbrief. Alles differenzierter ohne Football, sondern aufgrund der Fundamentals und aufgrund der Indikatoren. Ganz kurzfristig sehe ich den Markt gerade in Deutschland ein gutes Stück überhitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt heute und morgen mal gut 200 Punkte zurückkommen. Wir haben natürlich einen irren Kaufdruck. Wir haben eine irre überkaufte Situation im Moment an den Märkten und deswegen bin ich hier doch ein gutes Stück vorsichtig. Ich will jetzt nicht von einer Trendwende sprechen oder darauf aus, dass wir jetzt diese deutlich überkaufte Situation auch mal in Richtung 10.000 wieder verlassen werden. Aber für den Wochenstart leuchten doch die Alarmglocken und ich denke, dass man heute bis zum Börsenschluss auch gutes Geld verdienen kann, wenn man sich mal auf der Short-Seite positioniert. Wer das Daytrading, das hin und her an einem Tag nicht so zusagt, für den habe ich heute den Yuan als Short-Spekulation. Wir haben im Moment irren Druck auf dem Yuan, einen irren Verkaufsdruck. Das knarzt im Gebälk, denn die People's Bank of China, die erlaubt ja nur eine gewisse Enge im Floating zum US-Dollar und jetzt ist das auf einen Rekordabstand gestiegen und es wird in Asien Yuan in einem Rekordvolumen verkauft und ich gehe davon aus, dass sich diese Trendwende, die wir eben im Chart gesehen haben, auch noch weiter fortsetzen wird und dass der Yuan ein gutes Stück unter Druck kommen wird. Äußerer Auslöser ist heute der Einkaufsmanager-Index, der offizielle Einkaufsmanager-Index, der gegen die Erwartungen der Analysten wieder in die Kontraktionszone, also unter 50 gefallen ist. Damit hatten die Analysten nicht gerechnet und auch bei der Industrieproduktion ist der zweite schwache Monat in Folge zu verzeichnen. Das heißt, wir sind im Moment ein gutes Stück skeptischer für den chinesischen Markt und für den Yuan und daraus ergibt sich aber eine ausgezeichnete Short-Spekulation beziehungsweise, wenn Sie es auf US-Dollar zum Yuan sehen, Long-Position, Long-US-Dollar-Short chinesischer Yuan. Das ist mein Tipp des Tages. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute. Ihr Bernhard Klinsing. Vielen Dank.